Der ist voll hängen geblieben, Alter. Aufpassen, Alter. Erschätzt du? Ich bin's down. Bei Sniper hilft nur ein Pump dann, Alter. Hier, nimm das. Warte mal, mach mal Impuls. Okay, das Ding ist gleich in der Nähe. Wir gehen dann zu diesem, wenn das auch eine Abholzone hier ist. Dann gehen wir zu dieser Abholzone hier. Ja, ich glaub das ist auch eine Abholzone. Körpertemperatur sinkt. Ich geh einfach nicht zu selber ausschauen, ich geh einfach nicht zu selber aus. Warte doch nicht. Mach Puls, sobald du Leute siehst, Puls haben. Da ist drei oder drinnen. Ach du kannst den mal ausschauen. Ah, rechts gehen. Ja, rechts gehen. Nöbel. Von hier. Aufpassen, wir haben nicht den Dingsfilter, den rot geschützten Filter umdreht, also nicht vergessen. Aufpassen, Gegner voraus, rot. Mach Puls, wenn es geht, mach Puls, wenn es geht. Er ist weg. Hier ist eine Erste Hilfe, in die Erste Hilfe. Gabi. Hast du es jetzt Hilfe? Ich habe eine, ich habe eine, ich habe eine. So, gehen wir zum Abkrobatoren, wo es noch ist. Aufpassen, dass du es auch gehe jetzt. Ich habe eine Gängstelle. Brauchst du irgendwas Blaues? Ich habe Handschuhe, habe ich blau. Wo es dir geben kann. Handschuhe hier. Schau mal, ob ich dir noch was anderes craften kann. Wir haben voll wenig, warte mal, wir nehmen erstmal die Toilette. Alarm, Infektion vorläufig gestoppt. Ich mache jetzt die Signalrakete. Mach dir eine gelbe Waffe, wenn es geht. Mach dir eine gelbe Waffe, wenn es geht. Gar nichts, hast du gar nichts? Na ja, okay, gut. Ich schau mal, was ich jetzt hier machen kann. Ich kann nur eine einzige Waffe machen, weil ich nur so wenig Waffenteile habe. Nur eine einzige gelbe Waffe. Okay, warte, vielleicht. Nee, reicht nicht. Das würde nicht reichen. So. Kann nicht. Na warte, ich habe ja noch Waffen, die ich zerlegen kann. Äh, eine lila eine Schrotflinte könnte ich dir geben. Ja, soll ich die lila eine Schrotflinte geben oder nicht? Weil ich weiß nicht, ob ich eine lila eine Waffe machen kann. Weil hier kann man nur gelbe Waffen machen. Weißt du, was ich meine? Hier. Scheiße. Bitte. Ah, ich kann nichts. Ja, ein gelbes Waffenteil. Jetzt bräuchte ich Waffen. Waffe bräuchte ich noch. Äh, muss alles hin. Ach, scheiße. Ah, fuck, fuck, fuck. Hab ich jetzt. Okay, gut. Die hab's noch. Ja, scheiße. Hm. Ja, toll. Jetzt muss ich mich halt entscheiden, was ich jetzt mache. Ja, blaue. Scheiße. War ich das jetzt schon ungewandelt hab? Toll, jetzt kann ich... Ja, weil ich das jetzt schon ungewandelt hab. Ich kann hier kein... Ja, das hilft nichts. Müssen wir jetzt halt einfach so durch. Nichts. Ich kann jetzt nämlich kein, äh... Ja, das bringt alles nichts. Ich könnte Geschütz machen, aber dann könnt ihr bei mir keine Waffe machen. Äh, dann kann ich halt keine Waffe machen. Mir fehlt genau ein gelbes Waffenteil. Hast du noch Waffen, die du nicht brauchst? Okay, ja, dann hat das jetzt keinen Sinn. Dann müssen wir das jetzt so... Dann mach ich das Geschütz halt einfach jetzt halt wurscht für fix. Besser als gar nichts. Das kann ich noch machen. Ich könnte noch ein Erste-Hilfe-Posten machen. Ach, hast du schon? Ja, Geschütz hab ich ja schon. Ich könnte jetzt... Ach, scheiß doch. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Wir tun uns wieder hier so aufhalten. Ja, wir können jetzt hier nichts mehr machen eigentlich. Äh, erste-Hilfe? Äh, okay, erste-Hilfe kann ich auch nicht machen. Jetzt ist es doch. Zehn Minuten, bei mir ist es weniger. Warte, ich hab's gleich, ich muss nur das Magazin dran bringen. So, äh, fünf Minuten. Geh mir ja scheiß drauf. In welche Richtung sind wir gekommen von da raus? Ja, da fällt immer runter. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothämie gestiegen. Warte, zeigt er jetzt an. Okay. Linken Gegner. Ja, rechten Gegner. Wo lang fliegt sie euch? Ja, warte, sie sind Gegner. Ja, ich seh sie, ja. Ich seh mich schneller. Warte. Ja, warte, komm weg, komm weg, komm weg. Hier ist nichts. Komm, 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 komm. Ja, das ist... Das ist aber der Park. Das ist der Park, weißt du schon. Das ist der Park. Ja... Geh mir, geh mir Park, komm. Scheiß drauf, ich hab vier Minuten. Ja, das heißt, ich komm hier nicht durch. Wir gehen wieder hier... Da hoch, wo wir hier... In das Gebäude hier gehen wir rein. Hier. Hier. Wo wir stehen. Aber da eine macht Bergerung, warte. Nee, das ist woanders. Geh... Geh du schon mal hoch. Bleib zu oben. Ich mach jetzt, ich hab keine Zeit. Ich mach jetzt. Ja. Ich muss noch mal im Menü schauen. Schick noch mal drauf. Anwählen, auswählen, dann geht das schon. Schau bei mir auch schon mal. Wir müssen einfach nur noch mal refreshen. Dann müssen die Menü einfach mal auswählen, achten. Schau bei mir nicht. Egal, nimm jetzt einfach die Waffe her, was du hast. funktioniert. Ich schau das mal... Und jetzt nicht mehr. Ich saue das. Ich saue das mal. Gut, ich bin schon mal drauf. Dieses Mal, ich faue das hier. Und jetzt bitte dieольte. Der ist genau unter dir. Hinter dir. Der ist praktisch hinter dir eigentlich. Der ist bei dem großen Tannenbaum. Bei dem großen Tannenbaum ist der. Doch der ist da beim Tannenbaum. Der ist da beim Tannenbaum. Ich versuch mal links zu halten. Ich tu jetzt hier ein Geschütz hin. Der lauft bestimmt nach links dann. Komm auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Schnell. Der ist da. Der ist da hinten. Der ist da hinten. Komm. 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 Hierher. Der kann sich nicht heilen. Der kann sich nicht heilen. Der lauf. Lauf. Komm. Komm. Ich jage ihn voll. Ich jage ihn voll. Der ist da hinten. Siehst du ihn. Aber einfach draufballern. Einfach draufballern. Down, man. Down, alter, man. Nimm das Zeugchen. Geh zum anderen. Nimm das andere. Ja, man. Wir haben sich erledigt, alter. Wir haben sich erledigt, alter, man. Warte. Ich muss nur schnell kurz was wegschmeißen. Ja, ja. Ich hab noch eine Minute. Ja, scheiße. Bei mir wird's entklappt. Ich hab eine Minute. Und der Hubschrauber kommt in 35 Minuten. Voll knapp, alter. Doch, ich auch schon. Aber auf die letzte Sekunde. Bei mir sind's noch 50 Sekunden. Noch die letzte Sekunde, alter. Ich hab ihn voll unten gesehen. Ich hab ihn nur noch reingeballert auf den ersten. Der war dann gleich da unten. 15 Sekunden. 15 Sekunden. Einfach reingeflitzt, Alter. Da konntest du sie nicht heilen, was? 30 Sekunden. 25 Sekunden. Bereit zur Landung. 25 Sekunden. 90 Sekunden. In Flings sind aus weiter gestoppt. 10 Sekunden eigentlich nicht ab, aber jetzt ist es auch so. Ja, Mann. Ein wenig, die ist besser. Du hast immer noch 10 Sekunden, dann sind wir weg. Ja, Mann! Gebrummt! Agent, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Aber ich bin nicht überrascht, dass Sie es geschafft haben bei Ihrer Erfahrung. Jetzt kommen Sie her und lassen Sie uns weitermachen. Ja, Mann! Erledigt! Warte, er ist bis in Punkt gekommen. Dann ist Bayern. Ja, Mann! Ne, haben wir nicht so viele, aber erfahren aber nicht. Hunter besiegt.